Komm mit. Wenn das Nachtwirt in der Seele eines Menschen, so hat man das Gefühl, dass Gott einen verlassen hat. Geh und sprich mit deiner Frau, bevor es auch für dich zu spät ist. Na, musst du jetzt heulen? Also noch nicht. Also die Verlobte seines Bruders. Ja, Olli Kottke. Hallo, ich bin der Dienstgruppenleiter von Oskar. Kommen Sie ruhig durch. Sie wissen davon? Ja, er hat uns ver... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020